Hier ist noch die Kleine weg hier. Boah, das gedauert jetzt hier. Hier ist noch die Kleine weg. 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 Hier ist noch der Glück. Hier ist noch die Kleine weg. Das wird jedoch nicht weg. Okay. sieht aus als hätten wir beide überlebt auf jeden fall so ich vermute mal in die richtung müssen wir nicht nein wie geht es aber hier weiter so das hätten wir und gehen wir daran jetzt hier schratt verkaufen keine sachen haben wir hier so weiter hier so Irgendwo ist da noch was Wieder unter der Erde Irgendwie Alles klar, sehr schön Hast du gut gemacht, Rainer So, wir sind jetzt drinnen Was erwartet uns jetzt hier Wir müssen den ganzen Turm hochrennen jetzt Vielleicht guck mal auf die Map Aha, da vorne ist schon gleich die Tür Das ist also gar nicht so weit Warte mal, erstmal mach ich die Schweißhattern weg Die nerven mich so ein bisschen So, jetzt die anderen Schweißhattern nehmen Jetzt sehen wir Das wird schon Das wird schon mal Das wird schon mal Also früher kann ich mich daran erinnern, da gab es immer Unterstützer-Rede. Warum gibt es denn jetzt nicht? Oder ist da im Debatten wie die Hände oder so, dass ich sie nicht drücken kann? Das wäre natürlich blöd. Aber der kann normalerweise immer von alleine. Da muss ich nicht hin. Wow, 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 die bloß nicht runterfallen hier. Also ich vermute mal, dass das der Weg ist. Nein, das ist nicht der Weg. Da müssen wir also nicht hin, wir müssen hier lang. Ist da was Besonderes oder so? Keine Ahnung. Wir gehen hier weiter. Okay, da verschafft man sich jetzt ein bisschen Platz mit der da abhaut, der Jäger. Wir haben hier einen Goldi. Also ich kann jetzt gerade keinen... Keinen Sanitäter entdecken. Aber ich mache erst einmal die Kleinen hier weg. So, jetzt den Kleinen hier. Den jetzt. Auch Kleinkrieg macht nämlich Schaden-Sau. Und jetzt können wir uns erst mal in die Silberlinge hier. mal kann ich die Wörter schöpfen ja der ist schon mal weg gut oh oh warum sehe ich den nicht so hier sind nur noch wir beide da Kollege oh wir können die Firmen ey geht doch Terminus hacken 1 von 7 echt also hier geht es nicht weiter warte mal wie soll ich da hinkommen ich muss doch hier durch oder nicht ne das geht nicht also gibt es irgendwie doch hier irgendwo einen Weg hier um hier durch zu kommen irgendwas muss es da geben irgendwas muss es da geben so jetzt müssen wir genau schauen der elf patrouillier der ist gleich erstmal wieder weg den warten wir erstmal ab okay 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 Aber nein, natürlich nicht. Da ist der Dings im Weg, der kann man... Bleib doch mal hier. Sich mal eben hier visieren und tschüss. Okay. Das ging schon mal gut. Es sind zwei, aber da sind Schafschütze noch. Okay. Aber da muss ich echt hier viel durchkämpfen, sag ich mal so. Es sind sehr viele Gegner. Ich finde manchmal auch ein bisschen übertrieben viele Gegner. Da hätte ruhig ein bisschen weniger sein können, sag ich mal so. Aber okay. Ich gehe jetzt schon mal weg. Das müsste ja nicht hoch genug sein, dass sie dann sterben, ne? Ja, klar. Okay. Wir wollen auch an die beiden Terminals ran, deswegen. Ach, ja, war ja klar. Na, guck mal her, Attentäter. Die anderen haben wir uns nicht gemerkt. Der merkt, dass es gut ist. Okay, jetzt haben wir uns bemerkt. Dann ist ein Sanitäter. Der muss weg. Okay, das ist noch ein Sanitäter. Die drüben weg. Ich werde nicht sterben. Nein, wir sind nicht. Der geht doch. Irgendwie nervt mich der hier. Kann ich den runter schützen? Mal gucken hier. So, weg. Okay. Okay. All right. Was es mit den Dingern auf sich hat, weiß ich auch noch nicht so genau. Aber irgendwie müssen wir glaube ich da irgendwie rüberspringen oder so, weil sonst kommen wir da nämlich gar nicht hin. Sorry, doch. Hallo Scharfschützen. Was erlebt denn noch? Ach, die haben wir jetzt auch am Arsch. Die Tüter ist noch weg. So, das haben seine Tüter. So, dich noch hier. So, okay. Kampf gegen die Einsatzleiter. Erfolg abgeschlossen. Ja, das freut mich doch. So, 5 von 7 Terminals haben wir schon mal. Immer wieder zurück. Es ist aber echt zeitaufwendig, das Ding hier. So, wieder zurückspringen. Komm, Rainer. Ab geht's hier. Oh, hat sie auch gemacht. So, ich vermute einfach mal jetzt hier weiter hoch. Okay, den ist schon mal weg jetzt hier. So. Der Scheiß-Zuide. Ah, das ist ein Sanitäter. Sehr schön. Okay, sonst haben wir hier nichts. Wow, Hammer. Echt. Ich darf schubsen in 15 Sekunden. Warte mal, das machen wir, das warten wir eben kurz ab. Warte, dann will ich mich den runterschubsen hier. Genau den. Noch 5 Sekunden.